Gut, wir sollen von links nach rechts anfangen. Ich habe jetzt gedacht, dass das irgendwie, aber nein. Wir werden jetzt gucken, dass wir ein Set hier rausholen. Wie ein Necklace, okay. Gut, das hätten wir jetzt wahrscheinlich ohne ihn jetzt nicht so richtig hingekriegt, weil die Amicia kennt sich da ja nicht mit aus. Gut, das ist jetzt wie so eine kleine Prüfung, dass wir da überhaupt zu ihm kommen können. Wenn wir das lösen, wird Vardan wahrscheinlich merken, dass wir da ein bisschen mehr auf dem Kehrpols haben. Bitte lasst ihn am Leben sein. Well, I didn't have a choice. Not a choice. A calling. That of a carrier's protector. A what? A protector. Your function among the order. Wait, I'm not. And you are? I'm Lucas. I'm an Alchemist too. An Apprentice. Does your Magistrate know you entitle yourself? Who cares? The Macula's woken up again. My brother needs your help and the rats are already there. Control your flame protector. Others have burned in it. Take my bag. Let's go see that carrier. Man ist ja sympathisch, der Typ. Man ist ja sympathisch, der Typ. Ich gehe aus Schambolzen. Magister Vardan. Wo ist er? Er ist upstairs. Wie geht's? Ich bin Angst. Hugo, das ist Magister Vardan. Hallo. Wir müssen starten immediately. Ich will need silence. Mother. Ich werde das machen. Ich werde das machen. Newcomers. A burden of blood. Kapitel 3 jetzt. Lucas, komm. Right now. Coming. I heard you go cry. What's going on? He didn't react well. He's having seizure. What? Mother. You must stop this. We don't know this man. Amicia, this sort of thing was always likely. And this man is an exalted member of the most ancient college of alchemists that exists. The Order knows the macula. Hugo is not alone. I'm here. We need Nightshade as soon as possible to calm the tremors. There is a herbalist in the outskirts of the city. It's at the other end of the butcher's district at the edge of the forest. You'll see. Of course. I'm coming. I feel useless here anyway. Ah, Ramesia. Fowl rain. We have a long way to go. Let's not waste time. Die Stimmung ist jetzt auch wieder ziemlich gekippt hier. Auch Farbe, alles abgegraut. Ja, das mit ihm an Ruhe. Das mit ihm an Ruhe. I know your way. But you should give Magister Vodan some time. Time? To do what? Make Hugo feel even worse. He's conducting tests. He knows what he's doing. He's the most competent in his domain. Oh, enough of that. He's been treating my brother like an animal. No. We need another solution. Like... This island, who Hugo dreams of... A dream? What can we do with a dream, Amicia? Just... Keep caring about him, please. I care. But it's not enough anymore. Yeah, einfach nur sich um ihn sorgen, hat Lukas schon recht. Das bringt jetzt auch nichts, weil Hugo hat das Macula wieder in sich drin, was halt ausgebrochen ist. Er hat es ja sowieso in sich drin. Und die Ratten sind wieder da. Caring und sich um irgendjemanden sorgen, wird halt da nicht mehr helfen. Oh, was hast du denn gemacht? Geklaut. Sind wir jetzt wieder da, wo der Markt war? Ja. Wenn jetzt die Ratten kommen, haben wir ein Problem. Okay, ich wollte mir jetzt eigentlich die Konversation noch anfangen von den Bürgern. Aber da war ich jetzt zu schnell und bin Lukas zu motiviert nachgelaufen. Natürlich. Aber schön, dass wir uns nochmal fragen vorher. Oh, rotten flesh. Yes, it's the butcher's district. It's the shortest way to the herbalist. Come on, good people. I've got all the poultry you could ever want. Pork, pork, to roast, to boil. Tastiest meat in the world. Looks tasty, for sure. Oh Gott. If you've never tried beef, you don't know what you're missing. Wir sind vom Fleischereidistrikt und... We're not there yet. And Hugo might even be getting worse right now. Let's hurry. It will be alright. Das wird sicherlich ziemlich miefen hier. Pieces. Okay. Allein wenn man mal auf so einem Markt war, wo halt täglich auch Fisch und so verkauft wird und dann putzen die da ihre Stände und dann hast du ja den ganzen Kram auf dem Boden dann auch noch und die spülen das dann halt einfach dann weg, wenn sie stießen, also auf richtigen Märkten. Allein da ist ja der Geruch schon etwas eigen, wenn es dann die ganze Zeit nach dem Fleisch und Fisch und so riecht. Also muss der Geruch ja hier bestialisch sein. Let's go! What's this? Nothing good, it seems. This district is now closed on the authority of the Count Victor of Arles. For your own safety, do not try to get inside. You can't keep us out! No, Hugo can't wait. There might be another way in. Tell us what's happening! My children are in there! We know something's going on! What are you hiding from us? Did people die? Where did you want us to go? Gut. Wir können hier nicht weiter. Weil die Wachen versperren den Distrikt. Da wird wahrscheinlich die Rattenplage jetzt wüten. Jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. So, wo geht's lang? Hier durch. Hey. There's a back alley through there. What do you think? Do you see a way in? Wait. I think... Yes. Through here we see you. ...euhh... ...the entire Abfall da drin. Was wie geht der mit dir da draußen... ...draus hängen irgendwie. They look safe. Is it someone's home? Wir passen einfach. Oh, du musst schocken. Die Butcher ist dumm. Wir gehen in da. Du denkst nicht, du wirst nur deinen Wundern. Nicht mit dem Kopf zuerst. Oh nein, sag mir nicht. Ja. Ich habe etwas in meinem Mund. Ich sagte, behalte deinen Wundern. Ich habe panisch. Oh, Lukas. All die lebenden Dinge. Ich bin geboren von diesem. Warum in der Welt würdest du daran denken? Es stoppt mich von... ...lösen meinen Geist. Aber es nimmt mich näher an meine Geist. Ich denke nur an das Thema. Ich bin transformiert. Ich werde vommieren. Boah. Nee, komm raus da. Komm, 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 komm. Ja. 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 Das ist dein Problem. Du hast was aus deinem Mund bekommen davon. Da wären die Stiefelmengeregtes Problem. Boah. Das ist so eklig. Das ist so widerlich. Ah, schön. Also Drohnen aufmachen. Genau mein Ding. So. Pieces, Sulfur und Alkohol. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wofür das mit den Pieces ist. Können wir da irgendwelche Sachen herstellen? Helft mir mit dem. Ja. Ups. Ups. Echt jetzt? Nein. Nicht sie. Nicht wieder. Wir brauchen Feuer, schnell. Ich wusste es. Sie sind bereits spüren. Jetzt müssen wir sie wieder durchgehen. Wir können es tun. Sie sind nur auf der Nachtschmerz. Ja. Ja, Herr. So. Und der erste Weg. Das war uns hier mit dem Feuer. Oh, da geht es nicht lang. Da gibt es auch Absperrungen. Das heißt, der Weg ist definitiv nicht den, den wir nehmen sollen. Sie lassen wieder die Leute einfach sich selbst überlassen. Ey, das ist. Unglaublich. So. Da ich jetzt hier nichts sehe von irgendeinem Stock oder so. Und wir da oben einen Pott aufheben konnten, gehe ich mal stark davon aus. Sollen wir wieder den Pott nehmen. Und das machen. So. So. Und hier rüber. Komm. So. Dann müssen wir uns wieder ablinken. So. 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 Und war drauf. Na komm, ich bin erstmal weg hier. Oh, Truhe. Aber wo sind jetzt eigentlich die Leute, die wir gehört haben? Die schmeißen uns aber echt viel Zeug nach. Nein, ich möchte mich ja nicht beschweren, aber. Okay, wir haben sie wahrscheinlich ein Schwein ausbluten lassen. Ja, da ist auch der Kopf gerade drin. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ich meine klar, Fleisch essen ist die eine Sache, aber es zu sehen, auch wenn man so ein Spanferkel hat, das ist so eine ganz andere Kategorie. Oh Gott, das war so close. Also Lukas, ich weiß ja nicht, was du gedacht hast. Ich weiß ja nicht, was du bist. Hör, du kannst diesen Schild gegen sie benutzen. Geh das zu Grafsm-Extinguist. Es sollte genug sein, um diese Torche auszutauschen. Alles klar. Es gibt also wieder Extinguist. Jetzt musst du diese Torche auszutauschen. Du weißt, ich weiß. Ich hoffe, dass es funktioniert hat. Wir haben es in der Vergangenheit gemacht, aber es ist noch... ...ich stelle es mal her, weil dann kann ich den Alkohol mitnehmen. Du musst ihn nicht zurücklassen.